Was bedeutet Smarana? Smarana ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet Gottes Nähe fühlen. Unsere Kanalmitglieder beschenken wir jeden Monat mit einem kostenlosen Webinar in den Berufen der neuen Zeit. Ich selbst bin CEO der Smarana-Gruppe, welche über unsere Partner in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten ist. Ich kann sagen, dass die Smarana-Gruppe eines der größten Online-Anbieter für Webinare in der spirituellen Welt ist. Du kannst bei uns ganz viel lernen, dich weiterbilden und dein Bewusstsein erweitern. Was dir das bringt, das ist ganz einfach. Smarana unterstützt spirituelle Menschen, sich selbstständig zu machen. Wir helfen dir, in deine Kraft zu kommen und raus aus dem Kollektiv zu gehen. Du hast persönlichen Kontakt mit uns. Also, auf was wartest du? Komm doch einfach zu uns und lass dir helfen.